Mich hat schon damals, als ich das erste Mal die Musik von Thibau gehört habe, beeindruckt, dass er, finde ich, so eine intuitive Art hat, auch an die Musik ranzugehen. Das ist jetzt zwölf Jahre später und jetzt sitzen wir hier, sind alle ein bisschen älter und erwachsener geworden und machen das jetzt. Jeder bringt so seine Komponente mit rein und hat so seine Funktion und sein Aufgabengebiet und jeder Einzelne an sich weiß aber, glaube ich, noch nicht, wie das Ganze aussieht. Also es ist so, wie jeder so ein Stück vom Mosaik ist und keine Ahnung, wie das Bild am Ende wird. Also man bringt sich halt da irgendwie, fügt sich da irgendwo mit ein und irgendwann gucken wir drauf und sehen, okay, das ist jetzt das Ergebnis. Mosaik Magistar Haus Wie Magistar Cookie Magistar ério Magistar Magistar Mozart Mau Magistar Magistar monter Magistar ...lalalala, lalalala... ...lalalalala... ...lalalala, lalalala... ...lalalala, lalalala, lalalala... ...lalalala, lalalala Die Bauern, seine Komposition, ich liebe seine Songs. So ist es einfach und dass wir natürlich jetzt zusammen ein Album machen, ist auf jeden Fall ein Traum, den ich schon ganz lange habe und jetzt haben wir es wirklich geschafft hierher zu kommen und das ist großartig und macht mich auf jeden Fall sehr, sehr glücklich. Oh, Jesus, oh, Jesus. Neue, tente, nenne garganta one, neue fome, nenne barriga. Oh rapazin baton ca flauta, oh ropa der ropa doch estou. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017